Warum spiele ich jetzt... Warum spielen wir dieses Spiel überhaupt? Wir sind uns nicht sicher. Warum reden wir mit uns, als wären wir die dritte Person? Das wissen wir auch nicht. Ich kann dir jetzt eine Einladung schicken, das weiß ich aber. Moment. Habe ich jetzt getan? Ich kann sie nicht annehmen, weil hier gerade ein Video läuft. Und so. Deswegen das Moment. Es ist amerikanisch, was soll die Scheiße? Ich bin jetzt Shorty. Die andere habe ich eingeliefert. So. Jetzt kann ich mich bewegen, kann aber deine Einladung nicht annehmen, weil die weg ist. Können wir dich doch mal einladen? Ja, aber da kann ich, glaube ich, nicht draufklicken, oder? Ach so, geh auf... Ja, mach jetzt mal, jetzt kann ich hier gerade... Habe ich gemacht, habe ich. Kann ich aber nicht anklicken. Windows und G stand gerade irgendwo drin. Was ist das denn jetzt? Ja, die Windows-Taste und G-Taste. Ah, ich benutze diese Scheiße mit der Xbox nicht. Ich habe das extra alles gesperrt gehabt und alles vorher. Ja, zur Party einladen kann ich dich. Ach so, warte mal. Nein. Hat sie eingeladen. Ach, das kleine Ding hier, das ist eine Einladung. Oh. Ich sollte mir vielleicht meine Brille kaufen. Zugriffsinformationen. Was auch immer der jetzt noch für zusätzliche Informationen braucht. Wahrscheinlich meine Kontotaten zum Ändern klicken. Moment. Sonst kann ich ja gar nicht mit der Spiele nicht ausgesucht heute. Ich kann auch nicht mehr mit dem Spielen, weil die habe ich nämlich gerade eingeliefert. Die war krank. Dieses Mädel. Bist du das? Richtig mit Aaron? Ja, wollte ich, aber kann ich jetzt nicht. Du bist Aaron jetzt hier? Ne, ich bin jetzt Garcia, weil das ist das einzige Mädchen da ist. Wenn man das so lennen kann, so wie die aussieht. Dann sehe ich dich aber nicht, also irgendwie. Du weißt nicht, was du als nächstes tun sollst. Nö, weiß ich wirklich nicht. Wirf einen Blick auf deine Anlagen im Basisbild. Stopp, stopp, stopp. Da hinten läuft einer rum. Ne, das ist ja nicht. Ressourcenpack-Säcke. Danke, dass man das mal durchlesen kann, was da steht. Vielen Dank. Wenn du dem Spieler beitrittst, ist es deine Aufgabe, ihnen zu helfen. Du kannst ihren Gemeinschaften mit Vorräten helfen und ihre Anlage verwenden. Ach, das ist noch nicht mal meine Anlage, oder was wollte ich mich verarschen? Einflussfähigkeiten und Gegenstände, die du sammelt, kannst du mit nach Hause nehmen. Okay. Der komisch aussieht da hinten, der deinen Namen geklaut hat. Soll ich dir meine reinhauen? Ja. Aber wir können uns nicht... Wie sag ich, ein Buschmesser? Oder sind das die gleichen, die wir... Ach so, sind die gleichen, die wir eben gesammelt haben, quasi? Ne, ich habe auch einen Sniper gewählt. Ja, eine Pistole hatten wir. Schwächere aus. Ach, guck mal, hier ist Munition oder sowas drin. Ja, hier ist die Hallstation. Eine Rohrbombe. Das ist mit den Bomben überlasse ich dir. Wenn du dann wirfst, sind wir alle Platz. Oh, Tasse Kaffee, die kriege ich aber. Grundnahrungsmittel vieler müder Menschen, lange bevor die Zets die Kontrolle übernahm. Was sind Zets? Entfernt für kurze Zeit eine Menge Ermüdung, hilft nicht gegen Hunger. Ach, jetzt werden wir noch hungrig, die Kacke schon wieder. Ich habe schon keine Lust mehr. Ach, das waren Snacks, die wir da gefunden hatten. Ach so. Die habe ich genommen. Was ist das hier? Anlagebauen. Das kann man bauen. Ah, hier kann man die Anlagen bauen. Also diese zu, also eine Kochstelle, man kann hier in einem Ding, kann man ein Dings bauen. Ein Garten, glaube ich. Gott, bin ich fest. Okay. Bauchfangraum. Ja, das ist so ein, wo siehst du, dass man hier bauen kann. Ich kann hier nichts bauen. Mit E, mit E, mit E. Nee, kann ich nicht. Vielleicht, weil das meine Anlage ist. Das ist ja bescheuert. War ja wieder klar. Also, ich habe mir sagen lassen, aber das Lager, da kann ich reingucken. Dass man auf jeden Fall als erstes, sag ich schon, eine Krankenstation bauen sollte. Und eine Werkstatt. Das sind wohl die wichtigsten Sachen. Und Außenposten. Aber erst mal die anderen beiden. Ach so, hier oben steht auch, baue einen Außenposten. Also Werkstatt, für Werkstatt brauchst du Waffen, was brauchst du denn für Kosten? Drei, irgendwelche Barren oder was? Die habe ich nicht. Also ich kann ja im Lager nichts anklicken. Ich kann das zwar öffnen, aber nichts anklicken. Wahrscheinlich, weil das leer ist oder so. Keine Ahnung. Hier kannst du vermutlich auch noch was bauen. Mein Lager ist leer. Hast du mein Lager geplündert? Krankenstation benutzen. Einmal solchen Behandlungsbett. Zwei Medikamente pro Tag. Oha. Scheiße. Mein Zehennagel. Schlimmer als Zombies. Hier können wir nützliche Erholungsgegenstände. Gesundheit. Corona. Dann komm mal hier zu mir zur Krankenstation, bitte. Hier kannst du Betten haben. Hier vier Betten. Passiv. Mit den richtigen Zutaten können wir außerdem unsere Medikamentenvorrat vergrößern. Was ist das hier? Kosten zwei. Wissen über Medizin. Verbände herstellen. Brauchen wir 25 Schrauben für Schmerzmittel. Ich weiß nicht, warum man bei Schmerzmitteln Schrauben braucht, aber okay. Ja, weil du musst doch die Arme schieben und schrauben. Sollen wir mal draußen hingehen? Ich würde gerne mal mit dir die Betten ansehen, wollte ich gerade sagen. Ich kann ja mit... Achso, Charakterwechsel. Ach, hier kannst du dann zwischen... Das sind vier Betten. Dann kannst du wohl zwischen den vier... Hi. Du guckst da bei mir vorbei. Oder schielst du? Ich schiel. Einen Tipp habe ich wohl noch mitbekommen. Direkt am Anfang... Muss man die zumachen, hier die Tür? Nee, ne? Nee, die geht selber zu. Nee, musst du selber schließen. Am Anfang sollen wir uns einen hohen Ort suchen und dann mit der rechten Maustaste alles einscannen, sozusagen. Ja, hier muss ich hin. Da habe ich eine Aufgabe. Schriebe, wo ist das? Kaischer, da sollten wir uns fernhalten. Ich denke, da müssen wir hin. Ja, wie sag ich jetzt? Sie Pistole im Menü. Nee, da ist ein Ausrufezeit. Da ist ein Ausrufezeit, da unten sind Zombies. Ja, da müssen wir doch hinreisen mit dem Ausrufezeit. Ja, aber eigentlich nicht, glaube ich. Reise an den Ort, wo Schottie solchen Zombies gesehen hat. Oh, links ist einer. Ja, das war scheiße. Pulsa. Man, dieses scheiß Ding stand dazwischen. Da kommt eben so einer dahin. Boah, wie weit kannst du damit schießen? Die ist geil, die ist geil. Aber ich habe nur so ungefähr gezielt. Aber beides Headshots. Ja, bei dem einen stand die ganze Zeit der Baum davor. Aber der lebt anscheinend noch hier. Jetzt super. Nee, kann man die looten? Nee. Der beißt mich gleich. Warum? Achso, weil du mich betret hast. Aber komm, wir gehen jetzt mal zu dem Ding hier. Ja, warte mal. Ich will aber meine Nahkampfwaffe. Das ist doch scheiße. Lauf, bitte spring mal. Spring mal. Das sieht total bescheuert aus, wie man läuft und springt. Ja, wieso? Das ist, wenn man trainiert. Dann kann man hier Blümchen pflücken. Schade. Ja, wahrscheinlich. Meine Machete. Sehr schön. Oh, da hinten sind Zombies. Okay. Oh, hier vorne auch einer auf dem Boden? Mit E. Ja, genau. Das war nicht E, aber ich kann dann auch ein paar Teile teilen. Also kann man... Achso, warte mal. Man kann aber auch schleichen. Kann man hier nicht dran vorbeischauen? Die kann man übrigens befüllen. Wir sollen immer einen Benzinkanister finden. Und dann kann man nämlich das Anfangsauto, kann man holen. Echt? Aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Aber hier kann man holen. Warte mal, hier ist was drin. Was ist das denn? Denn der hat ein Zeichen. Der Atterdach ist irgendwie ein Schlauch. Schlauch, ja. Ich bin hier schön am Schleichen und du ziehst sie dann alle an. Oh, das ist ein good stuff here. Some good stuff. Ja, es ist ein good stuff. Aber wir müssen hier eh durchsuchen. Also wir müssen ja so oder so hier... Aber so richtig... Scheiße, ich komme hier nicht aus dem Menü raus. Mann. Ja, ich war ja am Besuchen. Ich küsse mein Brust. Ich habe meinen... Wie habe ich... Ich brauche eine Probe. Boah, nee, ne? Dein Ernst? Warte mal, der hat hier irgendwas. Solche Probe. Ja, der muss das mitnehmen. Der fragen wir. Ja, haben wir. Was heißt das denn? Kehrt mit der Seuchenprobe zurück. Oh, nein, ich kann das nicht mehr tragen. Kannst du die Bücher hier mitnehmen? Ja. Warte, ich. Äh, nee, kann ich nicht. Wo denn? Ja, hier. Das ist doch so. So hat es aber mit... Nee, kann ich nicht mehr durchsuchen. Hä? Da ist nichts mehr. Nee. Das ist noch hier drin. Das sind Bücher. Schmieriges Automagazin. Das könnte tatsächlich hilfreich sein. Geh mal weg nochmal. Ja. Äh. Das ist wie bei DBT. Da klemmt er mich auch ständig ein. Nee, aber ohne Witz. Das geht nicht. Nee, ich kann es nicht durchsuchen. Komisch. Hä? Wieso kann ich das jetzt nochmal nehmen? Scheiße. Das ist aber blöd, weil das... Das könnte nochmal nützlich sein. Stand da dran. Behälter mit Chemikalien habe ich erstmal geholt. Hm. Hm. Ja, das ist ein Auto. Ich würde das gerne mitnehmen, du Pfeife. Hä? Und der Rucksack? Der Rucksack ist dann wahrscheinlich... Ist dann wahrscheinlich... Komm nicht in das Auto? Ja, dann. Aha. Schwer bepackt bin ich auch noch, okay. Ich habe Schrauben gefunden. Ja, pass auf, wir sollen ja eh nach Hause. Vielleicht kommen wir danach nochmal, wenn wir uns entklärt haben. Ja. Dann machen wir hier hin und dann gehen wir nach Hause. Boah, was hast du für einen Rucksack? Ja, ich habe da die Sachen drin, die ich gerade geklaut habe. Links ist auch nochmal so. Guck mal. Guck mal, aber ich bin auf jeden Fall gut trainiert hier. Ich kann ja mit den ganzen Sachen laufen. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Warte. Ja, ganz unheimlich lauft, ja. Ja, so viel zum gut trainiert sein. Schließen, denk dran. Geht nicht. Doch, ich muss auch vorstehen. Boah, der hat... Musst du das jetzt... Warte mal, das ist, glaube ich, solche Mittel, solche Probefüllen. Ich glaube, ich habe gerade was hergestellt. Solche Mittelherstellung her abgeschlossen oder sowas, stand da gerade. Das war jetzt gerade zu schnell. Aber ich wollte eigentlich die Sachen hier ablagern. Schwache Schmerzmittel herstellen. Ach, ich kann anscheinend hier nur herstellen. Oder muss ich das ins Lager tun? Ach, ich muss das ins Lager tun, glaube ich. Ah, jetzt ist das im Lager. Ach so. Ich kann aber nicht drauf zugreifen. Geil. Wie? Stand irgendwas mit irgendwas und wurde ins Lager verfrachtet. Aber ich kann nicht drauf zugreifen. Und ich habe noch alle sechs Sachen hier drin. Hä? Oder habe ich jetzt den ganzen Rucksack da reingetan? Kleiner Rucksack, vier Pfund. Kleiner Rucksack, vier... Ich habe einen Rucksack wohl auch geholt. Ja, aber wie hast du das da reingetan, die Sachen? Ja, da war so ein oranges Symbol. Dann bin ich nach hier und habe E gedrückt. Und dann stand da, dass das irgendwie im Lager eingeliefert worden ist. Und ich kann es jetzt weder sehen noch benutzen. Ja, ich kann eine Latrine bauen. Oder einen Regenkollektor. Ja, oder es geht dann vielleicht allgemein hier rein, dass du damit bauen kannst. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber warum kann ich nichts reintun? Ich habe doch auch Sachen eingesammelt. Ich finde, ich... Warte mal, Inventar. Aber ich bin nämlich auch ziemlich voll. Ich habe hier Schrauben. Ach, guck mal, hier ist ein Außenposten bei uns. Äh, also... Nicht Außenposten. Ähm, was, wo wir hochklettern können. Oh, gucke mal. Ach, das sind Scheinwerbe. Nein, du sollst nicht runtergehen, Mann. Haben wir denn so eine Art Fernglas oder so vielleicht? Deponiere die Seuchenprobe in deinem Schließfach ab. Hä? Mit der habe ich aber doch gerade das Gegenmittel hergestellt. Warte mal. Warte mal. Zielen für Überprüfungsmodus. Ah! Hä? Komm mal nach oben. Warte mal, ich muss hier irgendwas machen. Nee, hier kannst du auf der Karte alles markieren. Wusste ich gar nicht, dass es das bei uns im Camp gibt. Ach, jetzt macht er mir hier die ganze Scheiße rein. Von der Xbox, was ich hier nicht sehen will. Kann man das irgendwie abschalten? Also die Errungenschaften sind ja okay, die kann er mir ja gerne anzeigen, aber... Irgendwie habe ich es gerade nicht mit dem, wo ich das rein tun soll, die Sachen vor allen Dingen. Ich habe jetzt im Gemeinschaftsschiefer bereit. Was ist hier? Ja, echt, ey. Hä, jetzt sagt er mir immer noch, ich soll hier was machen. Was soll ich hier machen? Wie gesagt, da hinten ist ein Werkzeugschuppen eines Rangers. Baue eine Werkstatt um einen Außen- und einen Außen- und einen Außen- und einen Außen-Posten sollen wir bauen. Wo sollen wir denn denn bauen? Hier oben ist eine Kaffeemaschine. Nee, eine Teemaschine. Aber kannst du bestimmt noch Kaffee machen. Ach, du bist da ganz oben. Ja, ich sag dir die ganze Zeit, du sollst hier hochkommen. Stopp, 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 stopp. Rechte Maustaste, zielen und dann auf die Fragezeichen drauf. Oder sind die bei dir schon frei? Habe ich die für dich auch freigeschalten? Wenn du nämlich dann auf M gehst, dann zeig dir nämlich überall an, was du ausgespäht hast. Da hinten ist eine Werbetafel, da ist ein Fahrzeug. Ach, das ist unser Fahrzeug bestimmt. Da ist ein Ausschichtsturm. Achso, musst du näher rangehen, dann zeig dir auch die nahen Sachen. Da zeig dir auch den Werkzeugschuppen und so weiter. Permanente Zutschone. Zutschone, genau, Schutzzone. Achso, Beanspruchung benötigt 400 Sterne. Du hast 60, okay. Die können wir uns dann zu eigen machen, oder wie? Da ist die Tankstelle, wo wir gewesen sind. Oh, Lebensmittelsammlung. Pizza Symbol. Also da musst du quasi einmal hier rumgehen und alles mal so angesehen. Und bei dir ist das auf der Karte, oder wie drauf bei mir? Ja, wenn du die alle rechts geklickt hast, also geklickt gehalten hast, ne? Musst du vielleicht die Karte ein bisschen reinzoomen, damit du die Sachen siehst. Ja, ja, aber er zeigt mir halt nur so, naja. Na, geh doch runter. Wir haben 25% Einfluss. An was haben wir den Einfluss? Keine Ahnung. Ach, das ist, warte mal, das ist mein Schließfach. Oder unser Schließfach. Da soll ich dieses solchen Zeugs reintun. Aber das habe ich doch hier am Pulle mit solchen. Ja, die sollst du da reinmachen. Ach, da ist noch mehr Platz. Ach so. Ja, dann mache ich ja den Rucksack mal raus, weil den Rucksack kann ich nämlich anscheinend nicht hier oben reinmachen. Hallo, was macht der denn? Warum läuft der denn da runter? Hä? Oh, hier kann ich funken. Nein, ach, was machst du denn? Ausrüsten soll... Ah, okay. Kann ich den wegtun? Patronen habe ich. 22er. Hast du auch Pistolen? Ja, ich habe... Ne, ich habe die 7,5 für das Gewehr, die Munition habe ich auch. Ach so, also Patronen brauchst du keine. Würde ich die noch mit rausnehmen hier. 67er meinst du? Die sind auch noch hier drin, 8 Schuss. Ähm, nee, warte mal hat. Aber die 22er brauchst du nicht für die Pistole. Nee, ich habe keine Pistole. Ja gut, dann nehme ich die raus. Ach, geht nur bis 30, okay. Äh, ich habe auch 30 dran bei mir. Ja, dann nimmst du noch die, äh... Kann ich nicht, ich bin, ich habe 30 die ja drin. Ja, aber du kannst nochmal draufklicken, dann kannst du es mitnehmen. Warte mal eben übergroße Holzhammer. Aber hier sind keine Dings Patronen, es sind nur 22er. Andere sehe ich jetzt nicht. Äh, doch. Oder die sind ja nicht nur für mich, oder? Das zweite, was drin ist. Das sind aber 7, das sind 45er Patronen für 9, 9 Millimeter Munition. Ne, 7,62 steht bei mir. Ja, bei mir nicht, dann hast du eine andere Ansicht. Äh, 4 Asse als fünftes, den Kaffee? Nee, habe ich auch nicht. Ach, dann ist das... Warum heißt das Gemeinschaft? Ja, das verstehe ich auch nicht gerade. Wenn du nur auf Waffen gehst, habe ich als erstes die, die, äh, 67er und dann noch eine Pistole. Äh, die ich anscheinend... Äh, habe ich die jetzt nicht mehr? Da. Ich bin schwer bepackt, steht hier drin. Ja, wahrscheinlich wegen dem tragbarer Generator. Solange wir Benzin haben, haben wir Strom. Installiere diesen Mod und füge Benzin hinzu, um eine einzige... äh, einzelne Anlage mit Strom zu versorgen. Wie soll ich das denn installieren? Tua. Wer ist das denn? Ach, das bist du! Wer steht denn bei mir? Hä? Äh, wie läuft so ein Typ rum? Ja, der ist Aaron. Da kann ich wechseln drauf. Das ist der Heim... Das ist der Heimstätte. Nee, die Heimstätte. Warte mal, Funkgerät. Keine Ahnung, wie ich jetzt gewechselte. Steckst du fest? Wenn dein Charakter feststeckt und sich nicht mehr bewegen lässt? Medizinische Beratung. Ein medizinischer Experte spricht. Oh, da muss ich 150 Sterne bezahlen? Damit der mir sagt, wo die nächste... Also die besten Technik, um Gesundheit wiederherzustellen. Wollte mich verarschen? Also wenn du im Inventar bist, kannst du Q&E drücken. Okay. Du kannst auch die Cardio und so angucken. Kann durch Sprinten und Klettern erhört werden. Wir brauchen fünf von den solchen Proben, um dieses solchen Heilmittel herzustellen für die. Das ist die Aufgabe. Ja, das habe ich schon hergestellt. Das habe ich hier reingetan. Äh, hä? Wie das ist? Solchen Probe vier. Wir haben nur vier hier drin. Deponiere die solchen Probe in deinem Schließfach. Achso, ich habe es noch nicht deponiert, hä? Aber wo ist sie denn? Also bei mir sind vier drin gewesen. Ampulle... Ne, ich habe die Ampulle mit solchen Heilmitteln, habe ich da reingemacht. Echt? Ja, ich habe da ja ein Heilmittel hergestellt. Obwohl ich das ja nur da reintun wollte eben. Wenn du... Nämlich hier, wo du jetzt bist. Da wollte ich die reintun. Weil ich gedacht habe, das muss ja zur Krankenstation. Wäre ja irgendwie logisch. Und dann habe ich aber aus Versehen, statt hier reinzutun, habe ich damit ein Heilmittel hergestellt. Und jetzt steht hier, ich soll die Probe aber bei mir ins Schließfach deponieren. Und der zeigt doch immer an, dass ich da hingehen soll. Aber ich habe ja keine Probe mehr. Ja. Wieso? Ich tue jetzt mal den Generator da rein, dann schnauft die auch nicht mehr so. Was ist denn das für Barren da unten? Ist das irgendwie... Baue einen Außenposten. Das konntest du aber auch noch nicht machen, oder? Nee, ich weiß nicht wie. Wie soll man das machen? Vielleicht... Ach, warte mal. Das werden wir vielleicht nie erfahren. Warte mal, hier ist ein Autoparkplatz. Das Auto ist Schrott. Das haben wir ja gut geparkt. Das ist ja gut da. Better check the trunk for a toolkit.